Hallo, ich bin Andreas, 27 Jahre alt und vom großen Katze-Kuh-Team. Ich bin in Schweinfurt geboren, habe hier in Würzburg Physik studiert und anschließend promoviert. Das heißt, ich bin Doktor der Physik. Jetzt arbeite ich unter anderem mit dem Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung hier in Würzburg zusammen. Ich erforsche Störungen in Quantenmaterialien. In Zukunft sollen meine Forschungen dazu beitragen, winzige optische Quantensensoren für die Biomedizin zu entwickeln. Die sind so klein wie ein Atom und können Temperatur, Druck und Magnetfelder im Nanometerbereich messen. Ein Nanometer, das ist ein Millionstel Millimeter. Ich habe also jeden Tag mit der verrückten Quantenbild zu tun. Über die App Katze-Kuh habt ihr uns wieder super Bonusfragen geschickt. Heute geht es um Überlagerung, warum Katze-Kuh auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzt und was sie mit dem Quantencomputer gemeinsam hat. Die sechsjährige Julietta aus den USA fragt, wie können wir die Superposition besser verstehen? Gibt es wirklich zwei Realitäten auf einmal oder ist es eine Frage der Beobachtung? Das ist ein tolles Thema herausgesucht, Julietta. Respekt! In unserem Alltag kann eine Katze zwar nicht lebendig und tot zugleich sein, oder wie das Sprichwort sagt, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. In der Quantenwelt geht das aber schon. Das nennt man Überlagerung bzw. Superposition. Oder halbtote Katze-Kuh. Denn bei Katze-Kuh tritt der Zustand lebendig gleichzeitig mit dem Zustand tot auf. Die Katze kann also gleichzeitig tot und lebendig sein. Der Erfinder dieser seltsamen Katze, der Nobelpressträger Erwin Schrödinger, hat diesen Mischzustand aus tot und lebendig auch als verschmiert bezeichnet. Bisschen eklig, oder? Geht das auch weniger unappetitlich? Naja, statt einer Katze nehmen wir ein Elektron. Ein Elektron, das ist ein winziges Teilchen, das zum Beispiel in Atom existiert. Du kannst es nicht sehen. So ein Elektron ist eigentlich ein mini-mini kleiner Kreisel, der sich ständig um seine eigene Achse dreht. Das nennt sich Spin und macht aus dem Elektron einen super kleinen Stabmagneten. Bei dieser Drehbewegung kommt die Quantenmechanik ins Spiel. Ein Rechts- und ein Linkstrall können sich dabei vermischen. Das Elektron dreht sich gleichzeitig links und rechts herum. So etwas wäre in unserer Alltagswelt eigentlich nicht möglich. In der Quantenwelt geht das aber schon. Und erst wenn das Elektron beobachtet wird, entscheidet es sich für eine Drehrichtung. Rechts oder links. Es macht also einen Unterschied, ob es beobachtet wird oder nicht. Heißt das nun, es gibt durch die Überlagerung zwei Realitäten auf einmal? Nein, auch wenn die Überlagerung nicht so leicht zu begreifen ist. Die Quantenphysik und damit auch die Überlagerung bauen auf mathematischen Überlegungen auf, die sich genau berechnen lassen. Da gibt es nicht mehrere Realitäten auf einmal, sondern alles spült sich in einer einzigen Realität ab. In der Welt der Zahlen, Formeln und Gleichungen. Diese komplexe mathematische Welt ist allerdings sehr abstrakt und scheint gar nicht zu unseren Gefühlen oder Erfahrungen zu passen. Wie eine halbtote Katze eben. Trotzdem sind es nicht zwei Katzen, die sich in zwei parallelen Realitäten befinden. Eine tot und eine lebendig und wir können immer nur eine von ihnen sehen. Nein, es handelt sich nur um eine einzige Katze, die sich im Überlagerungszustand befindet. Und es kommt noch verrückter. Diese mathematisch-physikalische Realität ist ein unsichtbarer Teil unserer Alltagswelt. Und in neuen Technologien wie dem Quantencomputer wird sie sichtbar. Eure Forschung bringt uns allen in Zukunft also echten Nutzen? Aber sicher, wenn wir tagtäglich mit Überlagerungszuständen arbeiten, dann machen wir das nicht nur aus Neugier und mit sehr viel Spaß. Dabei geht es uns auch um Ergebnisse, die die ganze Menschheit voranbringen. Der Quantencomputer ist so ein Ding. Er gehört zu einer ganz neuen Klasse von Computern, die viel schneller rechnen können. Dafür nutzt er auch die Überlagerung mit ihrem Alles-auf-einmal. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was ist Quantenüberlegenheit, möchte die 13-jährige Ruth Rapriya aus Indien wissen. Kurz gesagt, der Kampf der Giganten. Der Begriff Quantenüberlegenheit kommt aus dem Forschungsgebiet der Quantencomputer. Tausende Forschungsteams und große Firmen wie Google arbeiten am nächsten großen Ding, das unser Leben verändern wird. Und für viele ist es die Einführung des Quantencomputers. Klassische Computer arbeiten nur mit Nullen und Einsen, den Bits. Wie bei einem Schalter, durch den Strom fließt oder nicht. Alle ihre Rechenoperationen lassen sich auf Kombinationen von Null und Eins zurückführen, die nacheinander abgearbeitet werden. Der Quantencomputer funktioniert ganz anders. Seine Qubits sind Null und Eins in einem. Die Katze Kuh tanzt jedes Qubit auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Baut man ein Qubit aus supraleitenden Ringen, dann fließt der Strom in einem Überlagerungszustand. Zugleich rechts und links herum. Null und Eins in einem. Statt nacheinander, wie dein Computer, finden Quantencomputer unzählige Rechenoperationen auf einmal aus. In wenigen Minuten lösen sie komplexe Probleme, für die andere Computer Wochen oder Jahre brauchen. Das nennt man Quantenüberlegenheit. Und das funktioniert? Es gibt schon Prototypen, die zeigen, das Prinzip funktioniert. Bisher sind die Qubits allerdings noch zu instabil. Die kleinste Störung lässt sie zerfallen. Auch mit meiner Forschung trage ich dazu bei, Materialien für robustere Qubits zu finden. Denn wir alle glauben, dass Quantencomputer mit ihrer unglaublichen Power viel bessere Vorhersagemodelle für Wetter und Klima oder Simulationen für die Behandlung von Krankheiten ermöglichen. Eine süße Frage kommt von Mandy. Ich würde gerne wissen, ob es im wirklichen Leben tatsächlich so eine Katze gibt. Du hättest wohl gern so ein Kätzchen. Unsere Katze-Kuh ist jedoch einmalig. Aber du bist ja mal bei dir, in deiner App. Im Ernst, die Antwort auf deine Frage ist ein klares Jein. Schrödingers Katze ist ein reines Gedankenexperiment, eine theoretische Überlegung. Man hat also keine echte Katze mit dieser Höllenmaschine in eine Box eingeschlossen. Echte Experimente zur Überlagerung gibt es allerdings. Statt Katzen hat man Elektronen verwendet. Und nun noch viel Spaß mit der App KatzeQ. Und bis zur nächsten Folge kurze Pause Wissenschaft. Einde 2. 2. 2. 3. 4.